Moin moin, liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir schauen uns heute gemeinsam seit Ewigkeiten mal wieder eine Evolution an, die gegebenenfalls für den einen oder anderen interessant sein könnte. Die kostet mal wieder 100.000 Coins, ist die Tots mit wieder Plus-Variante, wo viele Karten reinpassen ohne großartige Evo-Chains. Da geht mit Sicherheit auch einiges, aber die würde ich euch gerne näher bringen, ob sie sich lohnt, für wen sie sich lohnt und welche Karten für mich am interessantesten sind. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zu den jeweiligen Spielern ist und wen du selber am meisten favorisierst. Wenn wir uns jetzt einmal ganz kurz die Evolution angucken, dann sehen wir, dass das Upgrade sich eigentlich sehen lassen kann, weil die Playstyles, die wir bekommen, sehr geil sind. Wir bekommen ein Week-Foot, wir bekommen Dead Ball, Pink Pass und Long Ball. Hinzu kommt, dass wir in der Plus-Variante Technical Tiki-Taka und First Touch kriegen. Das ist eine unfassbare Kombination. Allerdings passen auch nur unfassbar wenige Spielereien, die da jetzt sehr, sehr viel wilden Kram irgendwie ermöglichen. Wir bekommen auf jeden Fall 8 Overall, wir bekommen 9 Pace, 10 Passen, 8 Physis, 8 Schießen, 10 Dribbling und 6 Defense. Und ja, generell ist die Voraussetzung 85 Overall, 81 Schießen, 7 Playstyles, kein Playstyle Plus, 76 Defense und 85 Pace. Also, so viele sind es nicht. Ich habe die meiner Meinung nach interessantesten Karten rausgesucht. Wir gehen jetzt als erstes die Karten durch, die am ehesten ein bisschen offensichtlich sind. Und dann gehen wir noch später ein paar Karten an, die meiner Meinung nach unterm Radar, unterm Weg sind. Generell ist es meiner Meinung nach sehr bedenklich, ob man diese Evo überhaupt interessant finden sollte. Denn 100.000 Coins für eine Evolution, die jetzt gerade rauskommt, währenddessen im TOT sehr viele krasse Karten am Start sind, die allesamt weniger als 100k kosten und dann am Ende sogar tradable sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Manche Karten müsste man ja jetzt auch noch kaufen, wie beispielsweise den guten Maier hier. Ob sich das lohnt, ob man das Ganze interessant findet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich sind hier wirklich nur ausgewählte Spieler sehr, sehr interessant. Aber ich kann es trotzdem verstehen, dass der Maier hier natürlich überall vorgeschlagen wird und als einer der interessantesten Karten gilt, denn er hat 99 Dribbling. Ja, hat ansonsten mit 89 Pace, 89 Schießen, 97 Passen, 77 Defense und 84 Physis sehr wilde Ingame-Stats in einem bestimmten Bereich. Und ansonsten zeichnet sich jetzt natürlich durch das Upgrade ein sehr ähnliches Bild gemessen an den Spielern, die da reinpassen, ab, zwischen den ganzen Karten natürlich. Das heißt, wir haben in der Regel einen Pace-Wert, der in Ordnung ist, mit einem relativ großen Pace-Split. Schuss-Stats, die sich mal besser, mal schlechter sehen lassen können, dafür passt ein Dribbling sehr krass. Mal bessere Defense-Stats, mal bessere Physis-Stats. Und das ist so der Rahmen, den wir hier uns letztendlich bewegen. Hinzu kommt aber, dass wenn man natürlich die Karte hat, er noch ein dynamisches Bild mit sich bringt und das ist meiner Meinung nach immer ein Vorteil. Und wie gesagt, alle Dribbling-Stats auf 99, wild, wild, wild. Wenn ich jetzt beispielsweise Hunter gebe, dann sieht das schon gar nicht mal so verkehrt aus, muss man ehrlicherweise sagen. Selbiges gilt für den guten Munya-In. Beide passen hier noch nicht in die weitere, trotz Upgrade-Evo, da haben wir gleich auch noch ein, zwei Karten. Der entspricht etwa dem selben Profil wie dem guten Maier, hat allerdings nur 98 Dribbling. Mensch, sehr ärgerlich. Hat dafür aber meiner Meinung nach noch einen deutlich interessanteren, weiteren Playstyle, nämlich den Finesse-Shot. Wenn man hier jetzt anfängt, seine Schuss-Stats ein bisschen weiter zu pushen, dadurch, dass er auch 98 Curve hat, oder wenn man beispielsweise Richtung Dead Eye geht, dann könnte man ihn auf 94 Finishing, 95 Shot-Power mit 89 Longshots drücken. Und das könnte ihm natürlich im Finesse-Shot-Bereich ordentlich weiterhelfen. Ansonsten Stats können sich im Pace-Bereich, Pass-Bereich und im Dribbling-Bereich natürlich sehen lassen. Auch wichtig, wieder er hat einen selber oder sehr angenehmen Stamina-Wert, was auch nicht auf alle Karten zutrifft. Selbiges gilt auch für die Lürsen. Ja, das sind, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kartentyp damals hieß. Die waren lange Zeit, jede Woche irgendwie erspielbar, wo man sich diverse Karten mitnehmen konnte. Davon passen auch einige rein. Und die Lürsen sieht da für mich mit am interessantesten aus. Hier habe ich jetzt nicht allzu viele Karten von dem Typen mit reingenommen, aus einem relativ simplen Grund. Die meisten Manny wahrscheinlich irgendwie da gar nicht abgeschlossen haben und oder die sind mittlerweile in Evos verschwunden. Beziehungsweise Evos ist das eine. Gegebenenfalls natürlich auch einfach in SPC. Na, wenn man sie noch rumliegen hat, ich habe sie beispielsweise nicht. Hey, why not? Sie geht auf 91, Pace, 89 schießen, 94 passen, 92 Dribbling. Kommt jetzt, wie gerade schon angekündigt, mit auch dafür deutlich besseren Defense- und Physis-Stats um die Ecke. 81 Defense, 88 Physis ist ganz geil. Vor allem, weil sie selber auch noch Finesse-Shot, Ripped, Bruiser und Trivella mit sich bringt. Das sind natürlich sehr saubere Playsseils, die man gerne haben kann. Und allen voran natürlich auch Bruiser. Sehr geil, wenn es um die Mittelfeldposition geht, dadurch, dass sie auch 88 Stärke und 88 Aggression hat. Hinzu kommt, dass sie auf 3, 5 geht. Und ich selber bevorzuge immer 5 Sterne Weakfoot gegenüber 4 Sterne Skills im Mittelfeld. Also, wenn man die Lürsen hat, why not? Hinzu kommt, die kann sogar LM, Left Wing, Left Back und, äh, ja, zentrales Mittelfeld spielen. Sehr geil. Evander, Evander, Evander. Wäre für mich eine der interessantesten Karten. Aber auf den wahrscheinlich jetzt auf dem Markt, äh, noch anzukommen, wird sehr, 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 sehr schwierig. Äh, ich hab ihn damals schon mal in Evo gesteckt. Der hat mir damals sehr gut gefallen. Ich mochte seine Präsenz auf dem Platz. Gerade mit seinem Wuschelkopf. Bin ich mal großer Fan von, denn er bringt das mit, was ich langsam nicht mehr habe. Und das sind, äh, Haare. Alles ein bisschen Pain. Aber it is what it is. Er hat 90 Pace, 87 Schießen, 93 Passen, 97 Dribbling, 81 Def mit eben 84 Physis. Hinzu kommt, dass er auch nochmal, äh, äh, Flair Trivella mit sich bringt. Hat eigentlich auch sehr gute Playsets auf seiner normalen Karte. Aber die sind, glaube ich, dann alle hier verbessert, beziehungsweise vorhanden. Ja, Incisive, Longball, Technicid, Flair, First Touch, Trivella. Die werden dann allesamt überwiegend natürlich verbessert. Ähm, und ansonsten bleibt hier dann bei ihm noch Incisive letztendlich übrig. Mit zum Beispiel auch Powershot. Oh, das ist gar nicht die richtige Evo jetzt. Verdammte Scheiße. Wo ist die denn jetzt hin? Mit viel der Plus. Das ist sie. So, sorry. Sorry, sorry. Aber Incisive bringt er noch mit sich. Ich glaube, das kriegen die ansonsten nicht. Was natürlich sehr geil ist, dass er so gut wie alle Passplaysets mit sich bringt, die für das Mittelfeld relevant sind. Mit der MLS und Brasilien zu linken, ist natürlich sehr geil. Hat einen guten Bodytype. Auch von sich aus 85 Interception, 85 Defense Awareness. Leider Gottes ein bisschen wenig Stärke. Aber dafür auch 95 Shotpower. Das heißt, hier kann man auch sehr simpel und wirklich sehr gut sein. Eben Schusswert sehr stark nach vorne bringen. Wenn man sagt, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Beispielsweise, wenn ich ihm jetzt Hawk gebe, dann geht der auf 91, 89, 99, 95 mit 94 Curve. Man boostet noch seine Füße-Stats mit noch einem angenehmen Tempo. Also, Evander, wenn ihr den reinzulassen, wenn ich im Verein rumliegen habe, kann ich ihn euch sehr empfehlen. Wäre sogar einer der wenigen Karten, die immer 100k wert wäre, weil ich weiß, wie viel Spaß ein Bodytype machen kann. Weiter machen wir mit drei Karten, die man allesamt geschenkt bekommen hat und vielleicht noch viele von euch rumliegen haben, weil es gab keinen Grund, sieben, irgendwelche SPCs zu knallen oder irgendwelche Evos. Die haben ab und zu mal in welche reingepasst. Aber, allen voran natürlich in die damalige Evo... Sorry, die dafür letztendlich da war. Beim Future-Style-Event, um den ganzen Karten ein großer Upgrade zu bringen. Das Ganze geht jetzt mit Saibari auch wieder. Der sieht teilweise sehr stark aus und ist einer der wenigen Karten mit einem Special-Build beziehungsweise mit einem dynamischen Build, der Quick-Step von sich aus mitbringt. Hat 4,5, kann ZM und ZOM spielen, 93, Pace, 87 schießen, 89 passen, 94 Dribbling mit 91 Physis, der geht auf 98 Stärke. Klar, er hat nur 88 Stamina, das ist definitiv ein Nachteil, aber die restlichen Stats, muss ich sagen, gefallen mir teilweise sehr gut und wenn man Bock drauf hat und man selber sagt, das ist mir beispielsweise 100k wert, why not? Hier kann man natürlich das Argument bringen und sagen, auf keinen Fall ist er die Coins wert. Das muss jeder am Ende des Tages für sich entscheiden, aber ich muss sagen, dass er gar nicht mal so uninteressant aussieht und er mich auf jeden Fall interessieren würde, wie er sich spielen lässt. Wie groß ist der eigentlich? Der gute Mann ist 1,85. Könnte ziemlich interessant sein. Allem voran gepaart mit den Physis Stats. Weiter geht's mit dem guten Adli, der ist jetzt auch der erste im Bunde, welcher in die Tots Plus Upgrade Evolution noch reinpasst, den man hier noch ein weiteres Mal verbessern kann. Durch ein ziemlich wildes Bild und sieht mit dem Bild auch ziemlich bad aus. Er hat leider nur 3,4 und hat auch nicht die allerbesten Playstyles. Er kriegt noch Intercept dazu, was natürlich ganz nett ist, um ihm defensiv ein bisschen auszuhelfen. Aber 93 Pace mit 87 Schießen, 96 Passen, 94 Dribbling, 83 Death mit auch nochmal 86 Physis. Sieht wirklich nicht verkehrt aus. Auch hier wieder 98 Shop Power mit 94 Longshots. Durch die Bank weg, sehr gute Pass-Stats. Wenn man den Rumling hat mit 3,4 letztendlich im Mittelfeld klarkommt, könnte das eine Karte sein, die actually gar nicht mal so verkehrt ist. Hinzu kommt, dass er wahrscheinlich auch auf keinen Fall, sehe ich zumindest, großartig Tots gefährdet ist. Denn ich habe nicht ein einziges Mal irgendwas über ihn gehört, dass er dieses Jahr irgendwas Wildes gerissen hat. Also auch hier mit Basic eine Karte, die wirklich, wirklich, wirklich stark aussieht, wenn man eben mit dem Benefit oder mit dem Trade-Off klarkommt, der dann in den Playstyles teilweise liegt und in den Weak Foot und Skill Moves. Dann haben wir den guten Elite-Shitch, der für mich dahingehend nochmal einen Ticken interessanter ist. Aber es liegt einfach rein daran, dass er auf 3,5 geht. Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich das nochmal deutlich lieber habe. Ansonsten mit Flair und Trivella jetzt auch nicht, mit der Redewert die Playstyles, die er ansonsten noch mit sich bringt. Aber durch die Bank wegkranke Pass-Stats logischerweise. Auch wieder 99 Shop-Power mit 96 Longshots, 93 Amtritt, 97 Sprintgeschwindigkeit. Und der kann sogar letztendlich, wenn man es möchte, auf Control Lengthy gehen. Ist aber auch eher wieder hier eine Karte, die ich straight auf Control drücken würde. Hat gute Dribbling-Stats. Kann auch nochmal den einen Ball zurückerobern, wenn man es mal so nennen möchte. Aber allen voran auch wieder gute Füße-Stats. 87 Stärke, 87 Aggression. Finde ich wirklich nicht verkehrt. Weiter geht es mit Orsolino. Wenn man den im Verein rumliegen hat, why not? Hier ist das Interessanteste. Er geht auf 4,5. Und hat auch wiederum logischerweise recht gerne, recht gerne, oder recht geile In-Game-Stats. Mein Gott, das ist noch ein bisschen früh. Sorry. Wobei es mittlerweile 7.42. Na, 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 na. Irgendwann gleich Kinderarzttermin. Hat allerdings den größten Trade-Off im Summoner-Bereich. Das würde die Karte automatisch für mich killen. 80 Summoner bin ich an sichern sofort raus. Aber alles in allem, 93, 89, 89, 96, 78. Sieht auf den Face-Stats sehr sauber aus. Teilweise auch in den In-Game-Stats. Dementsprechend, wenn man ihn interessant findet, why not? Weiter machen wir jetzt mit 2, ähm, beziehungsweise 3 Goll-Karten. Das eine ist die Marozan, die als deutsche Spielerin in der Liga letztendlich unterwegs ist. Und hier ist sie die erste im Bunde mit 5,5 High-Lower-Grates. Mit noch Power-Shot. Mit noch letztendlich Press-Proven. Und Trivella hat mit 95 Pasten, 96 Dribbling. Teilweise wilde Stats. Auch ein sauberer Schusswert. Klar, Tempo nicht ganz so, äh, doll unterwegs. Mit 85, andere 82 Sprintgeschwindigkeit. Das kriegt man aber meiner Meinung nach in den Griff. Wenn man ihn beispielsweise einfach Hunter gibt, das reicht dicke. Aber hier der größte Trade-Off. Aufhine der Stamina-Wert mit 71. Das wäre mir einfach zu wenig. Aber eine Goll-Karte, die zumindest für jeden verfügbar ist. Und wenn man Lust haben sollte, sie mit den weiteren Mädels zu linken. Dadurch, dass sie eine Plus-Karte ist, hilft sie natürlich ungemein weiter. Kann man das Ganze machen. Aber, wie gesagt, für mich auch eher so semi-interessant. Dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler in Real Life. Es ist der gute Eduardo Camavinga von Real Madrid. Der gegebenenfalls semi-Tots-gefährdet ist. Es könnte sein, dass er eine Moments-Karte bekommt. Weil er hatte schon mal eine Tots-Karte. Wäre theoretisch gesehen möglich. Ansonsten, an seine Fire- und Ice-Karte kommt man ja auch so gut wie gar nicht mehr ran. Hier kommen wir an eine adäquate Alternative, die sehr geil aussieht. Er passt auch in die Tots-Upgrade-Evolution. Kommt auf 89 Pace. 92 passen. 94 Dribbling. 83 Defets. Und 89 Physis. Hat aber währenddessen noch Jockey, Block, Bruiser und Flair am Start als weitere Playsets. Was sehr geil ist. Kann Left-Back, Center mit und CDM spielen. Für mich wäre er auch in dem Bereich am interessantesten. Also der Mann müsste definitiv ins Zentrum. Und geht mit Anker beispielsweise auch noch auf Control Lengthy. Was mit 92 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, 88 Interception, 86 Defense Awareness, 95 Standing Tackle und 94 Sliding Tackle und 97 Stärke. Definitiv in die Karten spielen würde. Hier würde ich ganz klar sagen, eine Karte, die mit den Playstyles und sogar mit ähnlichen Stats auf dem Markt wahrscheinlich mehr kosten würde, weil es auch Franzose und Real Madrid ist, als eben die 100k, die man ansonsten für die Evo hinblechen würde. Ich bin echt am Überlegen, ihn abzuschließen. Aber er hat halt kein dynamisches Bild. Und das ist dann immer so eine, ja, so eine Sache für mich. Ist er für sich. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Aber ansonsten finde ich, sieht die Karte fantastisch aus. Er hat einen geilen Body-Type. Ich hätte mega Bock drauf. So, last but not least, der gute Ocampos. Ja, wirklich, ähm, hier mit sehr guten Allround-Stats. Kommt auch in die Plus-Upgrade-Evolution rein und geht dann wiederum auf 89 Pace, 90 schießen, 89 passen. Fällt es wesentlich wenig passen. 93 Dribbling, 69 Def und 92 Physis. Hat aber noch Powershot, hat noch Raserei, hat noch Flair, hat noch Relentless und hat noch Trivella. Mit 4-4 kann er Left Wing, Wide Wing und das rechte Mittelfeld abdecken und ist dann dementsprechend auch super easy zu linken. Ja, der ist natürlich auch für diverse andere Positionen sehr, 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 sehr stark einzusetzen. Und wenn man den sich gegebenenfalls ins Tempo setzt und oder sogar als zweiten Stürmer, geht er zum Beispiel mit Hunter immer noch auf Controlled. Man kriegt ihn aber auch auf Controlled Lengthy, was natürlich ganz geil sein könnte. Wo er dann 98 Stärke und 94 Aggression bekommt. Aber beispielsweise mit Hunter im Sturm geht er auf 96, 98, 95, 98, 97, wenn es dann um die Schuss-Stats geht. Das kann sich ehrlich gesagt ziemlich gut sehen lassen. Hat auch noch 94 Ballkontrolle und 95 Dribbling. Das ist wirklich sick. Also der Akampos wäre für mich auch extrem unterm Radar unterwegs. Und ja, müsste man gucken. Ich glaube, der hat auch schon mal eine Totz-Karte. Auch hier wieder eher ein Spieler, der dann vielleicht als erspielbare Karte kommt oder als Moments-Karte. Ob er im 100k wert ist, das sei mal dahingestellt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es interessante Karten für diese Evolution? Definitiv ja. Aber das größte Kriterium und die größte Kritik für mich an dieser Evolution ist einfach der Preistag immer noch mit 100k. Ich kann verstehen, wo der herkommt, dadurch, dass man sehr viele Playstyles bekommt. Aber mir sind teilweise die Karten, die hier reinpassen, ein bisschen zu spezifisch. Und man hat wenig Chance hier großartig, Karten, die man vielleicht vorher schon mal in der Evolution hatte, hier weiter reinzustecken und zu benutzen. Dafür sind einfach schon zu viele andere Evos viel zu stark gewesen, dass man hiermit weitermachen könnte. Also, kann man sie abschließen? Ja, muss man sie machen? Auf gar keinen Fall. Es sei denn, ihr habt einen ganz bestimmten Spieler, wo ihr sagt, der wäre mir 100k wert. Und oder, darf man natürlich nicht vergessen, in Form von FIFA-Points, die 5 Euro. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns im Stream wieder. Ja, checkt das ab. Twitch.TV ist der Stierhahn. Bis dahin. See ya. Peace. Peace. Peace.